Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um einen Kopfhörer, genauer gesagt um einen Active Noise Cancelling Kopfhörer für etwas über 60 Euro. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das kann ich schon mal sagen. Doch alles weitere seht ihr nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir haben jetzt hier den Prozess Silentia Twilight, den genauen Link dazu. Den findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort gibt es auch einen 10% Discount mit folgendem Code. Den finde ich hier nochmal eingeblendet. Also wenn ihr Bock auf den Kopfhörer habt, dann checkt das Ganze doch auf jeden Fall einmal aus. Nun schauen wir uns aber erstmal den Kopfhörer etwas genauer an, bzw. wir schauen uns erstmal den Lieferumfang an. Denn geliefert wird das Ganze in dieser Verpackung und da findet man unter anderem natürlich den Kopfhörer selbst. Eine Transporttasche, wenn man ihn unterwegs mal mitnehmen möchte. Eine Bedienungsanleitung, ein Micro-USB-Ladekabel und natürlich auch ein AUX-Kabel. Soweit erstmal dazu. Jetzt widmen wir uns dem eigentlichen Star des Videos und das ist natürlich der Kopfhörer selbst. Dieser ist hier größtenteils aus Kunststoff gefertigt, macht dennoch aber wirklich einen robusten und soliden Eindruck. Man muss natürlich den Preis immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Was mir wirklich sehr gut gefällt, das ist der Tragkomfort und die Passform. Alles ist sehr weich gepolstert, so wie der Ohrbügel, aber auch die Ohrpolster an sich. Das macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn man den Kopfhörer jetzt über mehrere Stunden trägt, zum Beispiel auf der Zugfahrt im Flugzeug oder irgendwie, wenn man in der Stadt unterwegs ist. An der Seite sieht man jetzt hier zum einen den Schriftzug und man hat jetzt hier auch echt coole Lichtreflexionen. Also wenn man den so ein bisschen bewegt, dann sieht das auf jeden Fall echt nice aus. Der Kopfhörer koppelt natürlich mit Bluetooth, so habt ihr jetzt keine nervigen Kabel, die dann irgendwie im Weg sind. Wenn ihr den Kopfhörer trotzdem mit Kabel benutzen möchtet, könnt ihr das natürlich machen. Die Gegebenheiten sind hier vorhanden. An der rechten Seite gibt es noch einige Buttons. Zum einen den Powerbutton natürlich ganz klar. Hierüber kann man auch die Musik starten oder stoppen. Dann gibt es noch Regler zur Lautstärke und noch einen Regler, um das Active Noise Cancelling an- bzw. auszuschalten. Das Active Noise Cancelling bzw. auf Deutsch die aktive Geräuschunterdrückung ist auf jeden Fall sehr praktisch im Alltag und ist einfach deutlich angenehmer. Denn so werden Umgebungsgeräusche aus eurem Umfeld, zum Beispiel das Rattern der Bahn oder das Rauschen im Flugzeug oder im Straßenverkehr, das wird einfach herausgefiltert. Das Ganze funktioniert folgendermaßen und zwar werden über Mikrofone die Frequenzen um euch herum aufgenommen. Und dann werden über einen Chip im Kopfhörer Gegenfrequenzen zu den aufgenommenen Frequenzen erzeugt, sodass das rausgemittelt wird, sage ich mal. Das seht ihr hier auch nochmal ganz gut an der Grafik eingeblendet. Da wird das vielleicht noch so ein bisschen deutlicher. Das ist auf jeden Fall deutlich angenehmer, so die Musik zu hören mit Active Noise Cancelling. Da bekommt man einfach noch deutlich mehr von der Musik mit. Kommen wir nun zum Wichtigsten des Kopfhörers und das ist der Sound an sich. Der ist wirklich sehr klar gehalten und hat mich im Großen und Ganzen wirklich sehr überzeugt. Einzig, die Bässe könnten vielleicht noch so ein bisschen kräftiger sein. Das ist natürlich Geschmackssache, aber das kann man ja auch im iPhone oder im Smartphone einstellen über den Equalizer. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, vom Sound-Gesamtpaket bin ich wirklich sehr überzeugt. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Der Akku hält hier ganze 20 Stunden, wenn ihr darüber Musik hört. Und wenn ihr Active Noise Cancelling angeschaltet habt, dann hält er ganze 15 Stunden. Das ist natürlich immer so ein bisschen variabel. Je nachdem, wie laut eben Musik hört bzw. wie das Active Noise Cancelling arbeiten muss. Die Kopfhörer haben mir im Alltag wirklich sehr gut gefallen. Zum einen vom Design, aber auch von der Soundqualität und besonders vom Tralkomfort an sich. Das Einzige vielleicht, die Bässe könnten etwas kräftiger sein. Und man hat jetzt hier, wie gesagt, großenteils eine Kunststoffverarbeitung. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, für einen Preis von etwas über 60 Euro bekommt man hier wirklich richtig viel Qualität geboten. Gerade auch mit Active Noise Cancelling, das ist nicht in dieser Preisklasse üblich. Also wenn ihr jetzt auf der Suche nach einem Active Noise Cancelling Kopfhörer seid, der jetzt auch nicht so viel kosten soll, dann schaut euch doch den einfach mal an. Wie gesagt, ihr bekommt nochmal 10% extra mit folgendem Code, der ist nochmal eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung zu finden. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert mich, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis dann, macht's gut. Ciao.